Es ist noch eine Rechnung offen für die Mannschaft des Thüringer HC. Immerhin war es der VfL Oldenburg, der das erfolgsverwöhnte Team um Trainer Herbert Müller im letzten Jahr in Hamburg im Halbfinale besiegte und somit aus dem Wettbewerb warf. Dieses Mal treffen die beiden Teams bereits im Viertelfinale aufeinander. Für den VfL eine weitere schwere Aufgabe mit reduziertem Personal. Das sieht auch der Trainer so. Das hat sich leider nicht verbessert. Also wir trainieren wirklich mit ganz kleiner Gruppe und zusätzlich noch mussten wir leider akzeptieren, dass NG mit der Nationalmannschaft jetzt die ganze Zeit unterwegs ist. Auch Kelly spielt mit Holländer Quali für Olympia und die kommen leider sehr spät zu uns. Und naja, das beeinflusst sehr stark unsere Vorbereitung. Aber ich weiß, dass auch Herbert Müller mit Erfurt vergleichbare Probleme hat. Er hat natürlich mehr Leute zur Verfügung. Aber die Vorbereitungen sind nicht so optimal gelaufen. Auch wenn der Thüringer HC als Favorit in die Begegnung geht, vergessen hat der VfL Oldenburg das Halbfinale von Hamburg auch nicht. Und naja, der Pokal und so weiter. Bei Sport ist alles möglich. Und wir haben als Team schon oft bewiesen, dass wir auch bereit sind, Überraschung zu machen. Insofern natürlich hofft man auch diesmal auf Überraschung. Ehrlicherweise muss man sagen, dass Erfurt natürlich als Favorit hier auftreten wird. Und das respektieren wir. Aber wir haben ein eigenes Publikum hier in der Halle. Die Halle soll angeblich sehr gut gefüllt sein. Und das ist natürlich einmalige Geschichte. Wir leben immer mit toller Erinnerungen, die uns irgendwie mit dem Pokal verbinden. Denn man weiß, dass wir uns beim Pokalwettbewerb sehr gut fühlen. Klar ist aber, dass wir als Außenseite trotzdem, dass wir zu Hause sind, auch auftreten müssen. Neu ist er Wettbewerb indes für einen Teil der VfL-Mannschaft. So ist zum Beispiel die Niederländerin Inga Smits zum ersten Mal beim Pokal in Deutschland dabei. Und so ganz unvorbereitet tritt sie dem Wettbewerb nicht entgegen. Ja, ich habe das letztes Jahr gesehen. Und die Mädels haben natürlich ein bisschen darüber erzählt. Und ja, ich glaube, das ist etwas Extras neben der normalen Saison. Und ja, ich möchte natürlich dabei sein. Aber wir müssen erst gewinnen, leider. Ja, ich glaube, wir können gewinnen. Das wird natürlich schwer. Und wir haben ein kleines Kader. Aber wir müssen mit dem kleinen Kader das machen. Und ich glaube, das ist nicht unmöglich. Wir müssen einfach gut spielen. Und in Erfurt haben wir die erste Halbzeit schlecht gespielt, die zweite gut. Und wenn wir so wie die zweite Halbzeit spielen mit unserer Schnelligkeit, denke ich, dass wir sicher gewinnen können hier. Trainer Leszek-Ruwitzki hingegen mag sich nicht festlegen, ob das Halbfinal aus den Thüringerinnen noch unter den Nägeln brennt. Sicher ist er sich aber, was das Potenzial seiner eigenen Mannschaft betrifft. Vielleicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass meine Mannschaft sehr motiviert ist. Dass meine Mannschaft natürlich wieder auf Überraschung hofft. Und diese Überraschung machen möchte. Vielleicht eben diese Überraschung, die wir letztes Jahr gemacht haben, wieder beeinflusst auch unsere Gegner. Aber leider stecke ich nicht in den Kopf von vielen Spielerinnen. Wir sind meiner Meinung nach trotz aller Ausfälle gut vorbereitet für diesen Kampf. Sicherlich nicht optimal, wie ich schon gesagt habe. Aber die Mädels, die ich zur Verfügung habe, können sehr gute Handballspiele. Und wenn uns ein guter Tag gelingt, dann sind wir absolut in der Lage, auch diese große Überraschung zu machen.